Das ist der große Eichenbockkäfer. Mit bis zu 5,5 cm zählt er zu den größten Käfern Europas. Ein typischer Alltag für ihn sieht so aus. Chillen, trinken, putzen. Mit den Haaren zwischen den Kiefern macht er sich die Antennen sauber. Er hat also eine eigene kleine Antennenbürste. Diese beeindruckenden Antennen des Eichenbock können bei Männchen das Doppelte der Körperlänge erreichen. Wie man hier gut sehen kann, hat der Eichenbock Einkerbungen an den Augen. In diesen Einkerbungen kann der Käfer seine Antennen nach hinten anlegen. Oft leben mehrere Generationen von Käfern viele Jahre auf demselben Baum. Teile dieses Video mit der Person, die den Eichenbockkäfer unbedingt sehen muss.